Hallöchen, Hoppöchen, da sind wir wieder. Da baut wieder einer Treppen und gleich wundert er sich, der da runter fliegt. Ich könnte das nicht aufheben. Was? Ich könnte gerade was nicht aufheben. Ja, wahrscheinlich weil er gerade in den Modus gewechselt hat. Ähm... Sollen wir? Wohin? In Atta? Gefängnis? Sollen wir schon raus? Ne, ne? Das ist diesmal kein Gefängnis. Ne? Eins, zwei, drei. Oh, Biu ist ja schon raus. Wo seid ihr denn? Ja, du fliegst auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Du darfst auch M drücken, dann siehst du das. Ja, ich weiß, ich hab schon so ungefähr... Wir fliegen jetzt hin. Einfach weiter geradeaus hier. Oh, oh, ich sehe da hinten irgendwie noch einen. Was ist denn dort? Ach, der geht weiter. Ah, der ist jetzt der Depot. Ich bin Campingplatz. Ja, ja, genau. Mancher. Und die anderen gingen einen weiter runter, hab ich das richtig gesehen. Das ist gut. Weit weg von uns. Hier liegen jetzt übrigens aber keine, äh, Granatwerfer. Gott sei Dank. Toll, hier liegt schon mal gar nix. Find ich schon mal sehr gut. Gar nix. Was? Also, Biu? Toll. Ich hab Granatwerferwaffen. Äh, äh. Das ist mehr als ich hab. Ich hab ne Spitzhacke. Ich hab ne Pistole jetzt. 3 audiefe. Scheiße. Ich hab seife, maschinengewehr. Ich hab ne Schiffen. Scheiße. الح, scheiße. Ich hab ne Pistole, scheiße. Ich hab ne Scheiße. Ich hab ne Pistole, ja. Ich hab immer noch keine Waffe, da gibt's doch nicht. so jetzt mal auch ein bisschen ja ich höre ich höre ich höre eine kiste ja ich war so wahrscheinlich oben in der scheune genau jetzt müssen wir natürlich auch noch gleich wo machen ist da und warte ich war hoch also material schon ja wir müssen aber gucken wo wir hoch bauen die steht ziemlich mit ja ich habe ich habe warte 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 hier da sind zwei kisten dort ist es aber war das war ja da war eine naja wir hätten da er sonst eh nicht hochbauen können weil ich stand direkt auf einen vierten ich glaube hier zu mir kommt ja auch wohl sediert aus der kann warum soll aber für das gleiche genau die gleiche also ich habe auch eine selbe aber wenigstens schon mal etwas oder er soll bestimmen mehr ab wer würde das heißt als gar nichts zu haben das stimmt das noch mal schienen ist das schon mal was das heißt wird eine kurze runde sei das schon groß machen nee 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 noch nicht ich war jetzt noch ein bisschen hier um gucken ob wir irgendwas übersehen haben äh hier ist noch so viel da der Platz war wohl scheinbar nur gut in dem explizit modus so machen schon oder ja ich würde mal sagen hat mit der salve waffe eh keinen sinn wo sei da also ich versuche gerade im herr hoch zu kommen alles klar alles klar hey maschinenwehr oh wozu macht doch nichts nach quatsch ich hab die salve waffe nicht ich hab Angst ich hab Angst mit salven da oben liegen aber auch noch irgendeine waffe war eine normale die hat es schon nicht mehr hoch gebaut mhm da hinten sehe ich einen da hinten sehe ich einen auf äh westlich westlich da hinten läuft der uah fey natürlich wieder ah wer auch sonst ich lauf rückwärts und sie läuft voll in mich rein zu sehen da hinten äh auf den gerade nicht 285 wo ist er jetzt hin das sehen jetzt auch nicht mehr da komm ich push bei den paar minuten haben wir eh nix mehr na stimmt doch wieder wir müssen ja ich guck gerade mal hier rein naja hier ist natürlich nöksch 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 ist auch nöksch uah türen sind gefährlich mir wird auch nix mehr sein ich glaube auch dass er alles weggelootet hat ja selbst die munitionskisten ich glaube müssen wir jetzt gleich wo machen ja außenrum von der stadt oder dann ist ja noch ein haus vielleicht ist da noch was er tut er kommt ja sollte aufrecht am laufen oder kommt kriegt ihr ich ich laufe würde wir laufen gerade nördliches haus also da ja und da ist noch das dach offen da wo wir laufen richtung nee das ist südwesten wo wir hinlaufen ja sagen da ist einer ich sehe an auf nord 15 grad ok ja ich habe schon mal gesehen weil er holt er noch die bäume erwarte dann lass schnell weiter ich weiß nicht ob der mich jetzt gesehen hat man macht nix seit ihrem haus drin ja wo hier ist aber ich müsste hier aufmachen aber das ist so laut da ist nämlich eine waffe drin die grüne wir machen auch an war auch ja was von der seite nur passen auf den hintern auf danke jetzt glaube ich auch alles war hoch aber wir sind noch nicht in der zone ne hier ist die kiste also naja hast du die tür aufgemacht ich war ich nicht vorsichtig könnte jetzt gleich bei 15 30 grad so hoch kommen ja auch jemand schuld ich habe grün und einen von diesen größeren ja ich hätte gerne eingeschränkt ich muss ein kommentierter ist nun die kiste zweitens noch eine kiste und unten sein dann und nun trommelt man mit und für das sind ja wieder liegen ja ich bin noch nicht da ich hab mich noch eine muni zu oh hört sich gut an ja raketenwerfer oh dann jetzt eine salvewaffe will ich nicht geh weg ja fey äh ich lass den ich dropp den trank jetzt hier gleich einfach raus ne boah ja wir müssen los ich kann den jetzt nicht mehr droppen wir hören hier schüsse die ganze zeit und wir haben den einen ja noch im nacken schön Prozent so kommt oder hinten wurde gebaut ja 255 ja ich auch oh grün 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 das passt was 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 gutes sein ein Trank uah was gerade? das ist genau das was ich in dem ich gerade gedacht habe noch wo? von wo? von hinter uns ich sehe denn er springt da rum Südosten ist irgendwo ojo ojo ja Südosten Wölf ist schon wieder Dorut jetzt sind 4 Stück komm 45h Peak 교 nie geht 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 das sind 4 Stück das schaffen ihr nicht Bueno beforehand brennt schafft ihr nicht das sind 4 Stück Ok, ich habe wenigstens Facetron noch. Ich renne zu dem Mann aus hier. Ich bin hinter dir. Töte dich wenigstens. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben sie dich getötet. Vier Stück? Vier Stück. Nein, lad doch jetzt nicht. Oh, ich vergesse immer, wenn ich nachlade. Bleibt der stehen. Ne, dann bitte langsamer. Oh. Ich bin jetzt im Haus dran. Oben? Ja. Ja. Und hier ist auch irgendwo eine Kiste. Aber das Problem ist... Oh. War dämlich von mir. Komm, dann gebe ich die Salbe ab. Oh. Der Schießen, kann das sein? Ne. Hast du? Ich weiß nicht, ich glaube... Ja. Ne, die schießen. Echt? Ich mein schon. Oh, ich komm nicht hoch. Hast du die Kiste? Oh Gott, die sind oben auf dem Dach. Hau ab, hau ab. Komm nicht raus, das ist der Problem. Oh, okay. Du hast uns zugebaut. Ja, ich hab nicht gedacht, dass die auf einmal von oben kommen. Oh mein Herr. So ein blöder... Ciao mit V. Oh.